Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In der letzten Folge haben wir bereits über Vereinfachungen für Online-Händler, die gerade erst starten, gesprochen. Dort wurde euch die Hürde genommen, euch nicht weiter mit dem Hosting und der Installation des Shop-Systems auseinandersetzen zu müssen. In dieser Folge nehmen wir euch die finanzielle Hürde und geben euch Infos zu zwei kostenlosen ERP-Systemen. Doch vorab, was ist ein ERP-System und was macht es? Ein klassisches Enterprise Resource Planning System ist eine betriebswirtschaftliche Softwarelösung zur Steuerung von Geschäftsprozessen. Das heißt, mit ihnen werden betriebliche Ressourcen wie Kapital, Personal und Produktionsmittel bestmöglich gesteuert und verwaltet. Eines der wohl bekanntesten Lösungen ist die Software des deutschen Unternehmens SAP. Doch auf den Online-Handel runtergebrochen, heißt das erst einmal eine zentrale Datenhaltung für eure Verkaufskanäle. Und da sprechen wir aus gutem Grund in der Mehrzahl. Denn das bedeutet für euch, ihr müsst eure Produkte nur einmal in ein System einpflegen und könnt dieses System als zentrale Funktionseinheit verwenden. Also beispielsweise die Artikel aus dem ERP-System heraus zu Marktplätzen übertragen. Da lohnt es sich dann auch einmal Zeit zu nehmen, um die Produktdatenqualität hochzuhalten. Davon profitiert man dann im Shop und auf den Marktplätzen. Doch nicht nur die Produktverwaltung ist damit möglich, auch die Kundenverwaltung, Rechnungsverwaltung, Versandorganisation und viele weitere Prozesse. Halten wir uns also die Vorteile noch einmal vor Augen. Wir haben eine deutliche Zeitersparnis, da wir nur einmal die Daten einpflegen müssen, können unser Business organisiert und leichter skalieren, jegliche Daten schnell synchronisieren und viele Abläufe automatisieren. Doch was bietet JTL-Wavi und das Vario ERP für euch und warum sind sie gerade für den E-Commerce so geeignet? Bei JTL könnt ihr nicht nur das ERP-System kostenlos nutzen, sondern erhaltet auch die Möglichkeit, JTL-Shop 5 als Shop-System zu verwenden. Welche Stärken der 5er-Shop aufweist, könnt ihr in unserer Playlist oben rechts genauer nachschauen. Darin enthalten ist beispielsweise ein Video zum On-Page-Composer, sowie eine Anleitung, wie ihr innerhalb von 10 Minuten euren JTL-Shop einrichtet. Neben dem finanziellen Aspekt überzeugt auch die Einsteigerfreundlichkeit, sowie die Tatsache, dass so gut wie jeder Prozess dokumentiert ist. Wenn ihr einmal doch nicht weiterkommen solltet und beispielsweise einen komplexen Workflow eingerichtet haben wollt, gibt es die JTL-Service-Partner, die euch das ermöglichen. Hier seht ihr noch einmal die eben genannten Funktionen auf einen Blick. Sowohl die Sortimentpflege als auch der Ein- und Verkauf, aber auch die Kundenverwaltung und die Synchronisation mit den Marktplätzen und dem Online-Shop wird zentral in einer Software geregelt. Aber auch Vario bietet eine effiziente E-Commerce-Lösung, was sich hier beispielsweise in der Vielfalt widerspiegelt, mit wie vielen Shop-Systemen Vario kompatibel ist. Ein kleiner Fun-Fact am Rande, den uns Henrik Schneider in unserer Interview-Reihe verraten hat, ist der, dass alle Schnittstellen von eigenen Entwicklern in-house entwickelt werden. Das heißt, man kann auch schnellstmöglich auf Änderungen einwirken und gewährleistet somit eine funktionierende Kommunikation zwischen ERP-System und Shop- bzw. Marktplatz. Denn auch Marktplätze wie Amazon, Ebay und Otto können ohne Middleware direkt an das Vario ERP angebunden werden. Wenn ihr euch näher zu Vario informieren wollt, verlinken wir euch oben rechts den Link zu unserer knapp 40-videostarken Interview-Reihe. Hier sehen wir noch einmal zum Schluss, was für euch alles im kostenlosen Plan Vario for Free mit dabei ist. Solange ihr nicht 5000 Belege pro Kalenderjahr überschreitet, steht euch die Möglichkeit zur Verfügung, drei User anzulegen, drei Schnittstellen zu nutzen, sowie eine Kasse, also ein Point-of-Sale-System, aber darüber hinaus auch ein CRM- und Ticketsystem und habt ebenfalls wie in JTL-Wabi die Möglichkeit, Workflows zu integrieren. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es sich bei beiden kostenlosen ERP-Lösungen um ideale Systeme für E-Commerce-Starter handelt, mit denen ihr aber auch für die Zukunft gerüstet seid und somit einer Skalierung eures E-Commerce-Business mit JTL-Wabi oder dem Vario ERP nichts mehr im Wege stehen sollte. Falls ihr euch noch unsicher seid, was nun besser zu euch passt, testet es einfach aus oder meldet euch gerne bei uns und lasst euch diesbezüglich beraten. Den Link zu unserer Kontaktseite haben wir oben in die Infokarte gepackt. Falls sich zu dem Video noch Fragen ergeben haben sollten, schreibt uns diese in die Kommentare und abonniert gerne den Channel, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne euch viel Spaß beim Testen, macht es gut, euer eBakery Team! Bis zum nächsten Mal!